Herzlich willkommen zur Videolösung 6, die Kompensationsspule. Wir haben, wie in der Aufgabenstellung beschrieben, ein System von zwei Leiterschleifen. Die sollen konzentrisch sein und sind auch kreisrund. Ich habe mir Mühe gegeben, das hier zu skizzieren. Die Symmetrieachse ist wieder die Z-Achse. Wir haben die erste Leiterschleife, in der ein Strom I1 auf dem Radius R1 umfließt. Konzentrisch dazu eine zweite Leiterschleife mit einem Radius R2 und wir haben einen gegenläufigen Strom I2. Ich habe Ihnen die Ströme schon angegeben, nämlich I2 ist so gesetzt, dass es minus I1 ist und dann mit einem Faktor skaliert, der Grad R1 durch R2 zum Quadrat ist. Wir möchten untersuchen, wie das Verhalten der Felder, des Summenfeldes dieser beiden Leiterschleifen ist, im Ursprung und für große Z. Das ist deswegen wichtig, weil wenn Sie das Feld nur einer Leiterschleife anschauen, dann sehen Sie zum Beispiel für das B1, für das B2 ist es dann völlig analog, aber dass das B1 für Z gegen unendlich abfällt wie Z hoch minus 3. Also das ist proportional zu Z hoch minus 3. Das heißt, Sie kriegen im Außenraum, für uns im Moment nur auf der Z-Achse, weil wir das einfach berechnen konnten. Sie kennen die Formeln für das Feld der Leiterschleife auf der Achse. Das heißt, im Außenraum hier, weit weg von unserem Experiment, haben wir immer noch ein Feld von dieser Leiterschleife, was nur mit dem Z hoch 3 abfällt. Für viele Anwendungen ist es wünschenswert, dass das Feld stärker abfallen würde, damit ich hier drüben zum Beispiel wieder irgendwas anderes tun kann, was nicht beeinflusst wird von dem Magnetfeld dieser Leiterschleife hier. Das ist so gebaut jetzt, dass das Feld dieser Leiterschleife I2 das Feld von I1 im Außenraum aufheben soll. Das wird nicht perfekt gelingen, aber wir werden sehen, dass wir deutliche Fortschritte machen gegenüber diesem Z hoch minus 3. Wir betrachten jetzt das Summenfeld B aus B1 und B2 wieder nur auf der Achse hier, auf der Z-Achse. Da haben wir als ersten Term B1 von hier oben und für B2 habe ich dann schon I2 so eingesetzt, sodass wir auch ein R1 Quadrat I1 haben und das durch R2 Quadrat hier kürzt sich mit dem R2 Quadrat von da oben weg. Das negative Vorzeichen und das. Wir haben den gleichen Zähler, das heißt, das kann ich gleich noch ausklammern und muss dann hier, um diesen Bruch ausrechnen zu können, mal den Hauptnenner bilden und alles auf einen Bruch schreiben. Also durch den Hauptnenner bilden erhalte ich hier oben die Differenz von diesem R2 Quadrat plus Z Quadrat hoch 3 halbe und R1 Quadrat plus Z Quadrat hoch 3 halbe und unten gerade das Produkt von den beiden, das heißt, ich habe die Mischterme proportional zu Z Quadrat und proportional zu Z hoch 4, insgesamt hoch 3 halbe natürlich. So, jetzt kann ich folgendes machen. Ich möchte in der Aufgabe studieren, wie ist das Verhalten für große Z. Jetzt habe ich hier einen Bruch aus zwei Polynomen in Z, das heißt, ich kann für Zähler und für Nenner separat mal untersuchen, was passiert für große Z. Und was wir sehen, wenn wir den Nenner anschauen, ist, dass wir dominiert sind von diesem größten Z-Term hier, Z hoch 4 hoch 3 halbe, Z hoch 4 hoch 3 halbe ist aber Z hoch 6. Das heißt, dieser ganze Nenner für große Z, also Z gegen unendlich, dann ist der ganze Nenner proportional zu Z hoch 6. Wenn wir uns den Zähler anschauen, ist das ein bisschen komplizierter. Ich habe diese eckige Klammer da gezeichnet und möchte die gerne hier drüben rüber nehmen. So, was ich jetzt hier tue, um den Term zu untersuchen für sein Verhalten für große Z, ist, dass ich aus diesen Klammern hier Z-Quadrat ausklammere und dann muss ich es noch aus dem hoch 3 halbe rausholen. Das heißt, insgesamt kommt ein Z hoch 3 hier heraus. Wenn ich aus dem Z-Quadrat dann, wo ich Z-Quadrat rausgeholt habe, die 1 gemacht habe, dann habe ich Plus und dann haben wir hier das R2 Quadrat durch Z-Quadrat in der Klammer noch. Analog in der Klammer hier, wo minus R2 plus Z-Quadrat stand vorher, habe ich jetzt also minus und hier wieder 1, ist aus dem Z-Quadrat geworden, plus R1 Quadrat durch Z-Quadrat hoch 3 halbe. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich jetzt hier Klammer ausdrücke hoch irgendwas habe, wo in der Klammer ein 1 plus eine kleine Zahl steht. Das ist also wie eine Funktion 1 plus x, die ich für x klein, also in der Nähe von 0 entwickeln kann. Nun, wenn ich das erste Ordnung entwickle, dann ist der Funktionswert von diesem kleinen Parameter bei 0, ist natürlich gerade hier diese 1. Das ist also ungefähr gleich 1. Dann die erste Ableitung hier hat natürlich ein 3 halbe, was wir darunter bekommen. Das heißt, es ist ein Plus 3 halbe an der Stelle bei 0 ausgewertet, mal dann den Parameter, nach dem ich entwickle und das ist in dem Sinne hier das kleine R2 Quadrat durch Z-Quadrat und völlig analog, hier drüben, die Entwicklung bis zur ersten Ordnung, also 1 plus und dann haben wir R1 Quadrat durch Z-Quadrat wieder mal 3 halbe und wenn ich das hier einsetze, sehe ich sofort, wie das weitergeht. Also wir sehen sofort, dieses 1 minus 1 hebt sich gerade weg, das heißt, ich habe nur noch die 3 halbe Ausdrücke übrig vor der Klammer Z hoch 3 mal 3 halbe und dann haben wir R2 Quadrat durch Z-Quadrat minus R1 Quadrat durch Z-Quadrat hier auf einen Bruch geschrieben. Das Z hoch 3 durch Z-Quadrat geht weg zu Z und das ist also jetzt mein Ausdruck. Für große Z geht das hier im Zähler proportional zu Z und aus den beiden hier, nämlich dass der Zähler proportional zu Z ist und der Nenner proportional zu Z hoch 6 folgt natürlich sofort, dass dieses B00Z für große Z, also Z gegen unendlich, proportional zu Z durch Z hoch 6 ist, also Z hoch minus 5 geht. Das heißt, wir sehen, wir hatten hier Z hoch minus 3 für eine Spule, für die zweite Spule dazu addiert mit gegenläufigem Strom in einem günstigen Verhältnis kriegen wir einen viel schnelleren Abfall von dem Magnetfeld. Also jemand, der hier draußen arbeiten möchte und nicht von diesem Magnetfeld gestört sein will, der hat es besser, wenn wir so einen gegenläufigen Strom noch dazu addieren. Jetzt ist die Frage natürlich noch, was passiert Ihrem eigenen Experiment, was Sie vielleicht, sagen wir hier, im Zentrum dieser Spule durchführen wollen oder dieser Leiterschleife durchführen, wie sieht das Feld am Ursprung aus? Um also B an der Stelle 0 auf der Z-Achse auszurechnen, nehmen wir uns hier unser B00Z und setzen Z gleich 0. Also hier drin verschwindet überall das Z. Dann kann ich ausklammern aus dieser Klammer, dass ich µ0 halbe und das I1 raushole und ich möchte mir hier auch noch ein 1 durch R1 ausholen, weil was Sie sehen, was jetzt hier steht, dieser Ausdruck ist gerade das Feld der Spule B1 an der Stelle Z gleich 0. Also das, was ich sowieso als Feld hätte, wenn ich noch kein I2 habe. Und jetzt kommt der Term, der noch in der Klammer steht. Da haben wir, weil wir R1 ausgeklammert haben, hier ein R1 hoch 3 zu dividieren durch R1 hoch 3. Es gibt also hier vorne eine 1 minus R1 hoch 3 durch R2 hoch 3. Das ist auf einen Bruch geschrieben gerade. R2 hoch 3 minus R1 hoch 3 dividiert durch R2 hoch 3. Und jetzt einfach mal als Beispiel annehmen, dass der Radius 2 doppelt so groß wäre wie der Radius 1. Hätten wir also hier 2 R1 drin stehen, hoch 3 zu nehmen, gibt 8 minus 1 R1, bleibt 7 R1. und hier unten haben wir dann 8 R1. Das heißt, 7 Achtel wäre dieser Faktor hier, den wir hier zu multiplizieren würden. Das Feld nimmt also nur um ein Achtel ab gegenüber diesem Feld B1 allein in meinem Punkt. Also wenn ich ein bestimmtes Feld haben will, muss ich den Strom etwas erhöhen, aber nicht dramatisch. Aber ich habe im Fernfeld ein viel besseres Abfallen des Feldes und störe andere Leute oder andere Experimente entsprechend weniger. Ich denke, damit haben Sie eine zweite Anwendung von einfachen Leiterschleifen gesehen. Natürlich wird man das im Zweifelsfall auf kompliziertere Systeme ausweiten. Also zum Beispiel hier, statt zwei einzelnen Leiterschleifen wird man vielleicht Helmholzspulensysteme nehmen oder vielleicht auch Solenoidspulen nehmen, die man mit entsprechenden Gegenströmen auf der Außenseite im Außenraum kompensieren kann. Ich hoffe, Sie haben was gelernt dabei und freue mich auf die nächste Videolösung.